so hallo willkommen hier zur neuen folge bei meinem podcast und ihr seht schon ich bin schon im weihnachtsstimmung also ich habe mir jetzt gedacht ich mache jetzt das passend zur vorweihnachtszeit gleich auch optisch ein bisschen was also habe ich mir extra hier besorgt dass ich jetzt euer weihnachtsengel bin oder euer weihnachts blog und all diejenigen die es auf instagram ja schon gelesen haben habe ich ja schon das dezemberprogramm was podcast betrifft rausgehauen ihr wisst ja aktuell mit den einlassbestimmungen im kino und meiner tätigkeit im einzelhandel ist es natürlich nicht ganz so leicht diese 2g plus zu erfüllen ich habe zwar jetzt mitbekommen dass man auch im kino vororten selbst test machen kann den man mitbringen kann oder darf oder soll muss ich mal gucken wie es jetzt wirklich auch zeitlich schafft ist im moment auch in der arbeit etwas stressiger jetzt natürlich mit dieser ganzen vorweihnachtszeit und ich denke mal dass es auch die nächste tage noch ein bisschen stressiger wird da jetzt dann in im handel des 2g kommt und wir als baumarkt ja da nicht darunter fallen also kann durchaus sein dass der ein oder andere mensch dann doch eher zu uns noch kommt zum einkaufen aber es soll ja heute nicht um politik oder sowas gehen sondern ich wollte ja oder möchte ja heute ein kleines serien special machen zu zwei exklusiven amazon prime serien die jetzt praktisch durchgeguckt habe beziehungsweise aktuell gucken und genau es geht dann praktisch um die serie hannah die jetzt vor kurzem die dritte staffel bekommen hat das dann auch die finale staffel war und es geht um das rad der zeit das ist eine neue serie auf amazon prime die angelindes an die gleichnamige buchreihe und wo viele dann schon meine oder die ersten stimmen schon gesagt haben das könnte so ein neues game of thrones werden da wären wir aber dann zur entsprechenden also wenn es dann soweit ist mit dem thema werde ich ein bisschen näher darauf eingehen wie ich das sehe was ich davon halte filmetechnisch habe ich jetzt die letzten tage hat viel altes nachgeholt also zum beispiel jetzt die ganzen hannibal lektor filme also die sind ja vier filme wo ja in drei davon der anthony hopkinson hannibal lektor spielt es ist ja ein professor oder psychiater der ja kannibalisch veranlagt ist wird ist ja auch oder gilt als eine der zeit mal oder gehört zu der riege dieser kultmörder wie es im horrorschauer gerne heißt also in einer riege jetzt wie michael meyers zum beispiel oder wie freddy krüger und wie gesagt das habe ich jetzt mal nachgeholt dann habe ich so noch ein paar ältere ältere filme nachgeholt oder filme wo ich jetzt lust drauf hatte und ich habe es ja gleich beim einer letzten videos oder podcast das schon gesagt ich habe mir jetzt auch diesen proxy mal schicken lassen den muss ich jetzt noch gucken habe jetzt leider noch keine zeit dafür gefunden dafür habe ich mir jetzt aber noch einen film schicken lassen die jetzt auch die tage ganz frisch im heimkino rauskam der lief auch vor ich glaube vier oder fünf wochen in limitierter version im kino und zwar ist es dieser film hier der heißt a dark song ist auch ein horrorfilm ich glaube dass der film sogar schon ein bisschen älter ist gab sogar von 2016 oder 17 aber jetzt halt erst weil es halt so ein kleiner film ist halt wie gesagt auch nach deutschland gekommen ist und der film wurde gemacht vom liam gavins und wird natürlich ist natürlich gar auf den entsprechenden dvds oder bruleys ist natürlich schon sehr positiv ausgedrückt dass der film gut sein soll werde ich auf jeden fall auch die tage mal reingucken da hat mich einfach schon das cover angesprochen also das mal hier sieht man es ja das ist praktisch eine frau in so einem art zirkel mit kerzen und männer darum herum weiß was spiegelt ein bisschen und das soll es auch ein bisschen was ich jetzt so gelesen habe um okkultismus gehen und da bin ich natürlich immer heiß dabei wenn es um sowas über natürliches oder so alt die riten rituale oder solche mythen geht und wir hatten ja auch jetzt dieses jahr im sommer den horrorfilm der ja über da ging es ein bisschen um dieses voodoo thema wo mir bloß gerade der titel nicht einfällt liegt aber auch daran weil der film einfach sei jetzt mal mies war und ich bin schon sehr gespannt wie a dark song wird natürlich auf der rückseite ist natürlich klar die ist die inhaltsangabe die ist ziemlich ausführlich bei dieser bei diesem film und darunter wie gesagt steht halt noch ein paar worte zum film dass hier steht zum beispiel die grenzen zwischen gut und böse richtig und falsch himmel und hölle verwischen zusehens und stetig wächst ein gefühl des unbehagens bis zum mark erschütternden finale also bin ich auf jeden fall gespannt ob das finale wirklich so krass ist wie sie beschrieben wird was mich ein bisschen wundert auf der dvd ich habe jetzt die dvd da ist kein fsk logo drauf es ist auch die sachen wende das ist was ich auch nicht verstehe ich nehme das mal hier kurz raus also hier sieht man es praktisch das ist ein wende ding und das also ein wende cover und das ist zweimal das gleiche also entweder haben sie das vergessen das fsk logo drauf zu drücken ich weiß es auch nicht ob es auf der folie drauf war das einzige wo es drauf ist ist auf der disk selber da ist sieht man es ist ein fsk 16 aber wie gesagt ich verstehe jetzt nicht warum die hier ein wende cover machen wenn auf dem cover kein fsk logo drauf ist also das ist mir etwas suspekt aber wie gesagt werde ich reingucken ist ja ein recht kleiner film und ihr wisst ja wenn es um solche kleinere sachen geht da bin ich immer auch vorne mit dabei wollte ich wie gesagt jetzt nur kurz noch mit erwähnt haben dass ich jetzt noch zwei sachen zwei aktuellere sachen in der pipeline habe die jetzt dann die nächsten tage mal geguckt werden ich möchte aber erst jetzt mal meine watchlist auf prime abarbeiten da habe ich jetzt letztens erst meine ganzen die letzten filme der letzten 99 cent aktion geschafft da habe ich ja als diese aktion war richtig zugeschlagen und deswegen habe ich jetzt letztens bearbeitet oder abgearbeitet und nebenbei gucke ich auch noch die siebte staffel von vier der walking dead die jetzt auch die zwar auch schon länger heraus ist ich habe auch schon seit sieben acht wochen wo er wöchentlich eine neue neue folge kommt ich bin jetzt bei folge drei habe jetzt dann auch letztens erst die sechste staffel abgeschlossen und wie gesagt mache jetzt einfach hier so nebenbei so was jetzt noch und da werde ich aber dann im neuen jahr mal ein kleines special über die vier der walking dead sache machen aber wie gesagt heute soll es ja um hannah und um das rad der zeit gehen und ich würde mal sagen legen wir jetzt gleich mal los muss bloß noch kurz schauen ob ich noch irgendwas sagen wollte ich glaube an dingen war es also wenn ihr wissen wollt was euch im dezember noch erwartet einfach bei mir auf instagram gucken ihr wisst ja ein abo da lassen ist immer die richtige wahl und da habe ich gesagt habe ich ein extra post gemacht also es erwartet euch jetzt noch ein jahresrückblick natürlich das ranking der best und schlechtesten filme das ist dann der letzte podcast kurz vor silvester und noch ein kleines weihnachts special habe ich ihn auch noch vorbereitet für euch wo ich dann so ein bisschen über meine lieblingsweihnachtsfilme sprechen möchte die für mich an weihnachten dazugehören und so viel kann ich schon mal verraten nein stirb langsam ist da nicht mit dabei das war es ja für viele so der weihnachtsfilm schlechthin ist aber ich bin da klassischer unterwegs aber wie gesagt da dort dazu dann mehr in dem entsprechenden podcast wie gesagt wenn es wenn es euch interessiert einfach instagram kurz reingucken da sind auch die genauen tage drinnen waren was kommt könnt ihr euch dann natürlich im kalender markieren oder ihr habt hier die glocke abonniert oder habt diesen podcast oder diesen kanal abonniert dann bekommt ihr ja sowieso die meldung wenn ein neuer podcast kommt oder neues video aber wie gesagt wir wollen ja ich will ja heute bisschen über also zwei serien sprechen die dies mir angetan haben sage ich jetzt mal und fangen jetzt mal mit haben an weil das ist wie gesagt die serie die jetzt praktisch durch ist und ich möchte jetzt auch gar nicht zu groß in den inhalt reingehen weil wie gesagt bei drei staffeln kann jetzt nicht auf jedes detail eingehen also so grob gesagt ist der diese serie ist praktisch ja eine adaption oder eine neuinterpretation von dem film wer ist hannah von 2011 und da geht es wie auch in der serie oder wieder in dem film tschuldigung um dieses junge mädchen namens hannah die in abgelegenen wäldern aufwächst mit ihrem vater mit eric und die besondere fähigkeiten hat also sie ist kämpferisch von von eric ausgebildet worden sie ist extrem ausdauernd sie hat einen extrem starken willen sie hat an sich ja sie ist einfach genau dieser typos von diesem einzelkämpfer dem nichts erschüttern kann der einfach sein ding durchzieht und die einfach halt ja ich sage jetzt mal selbstbewusst ist und die auch eine gewisse stärke verkörpert und ja es geht im prinzip noch darum ist es gibt eine geheimorganisation die ist praktisch nie also eine amerikanische diese nennt sich u tracks oder es ist so ein programm wo junge mädchen zu killern ausgebildet werden die dann praktisch in ganz europa werden die verteilt und sondern praktisch menschen ausschalten die laut eines algorithmus es in 20 jahren potenziell zu oder potenziell für amerika gefährlich werden könnten also geht es um beispielsweise kinder oder jugendliche die sich sozial engagieren die vielleicht für eine bessere umwelt kämpfen die gegen atomkraft sind die für menschenrechte sind und wie gesagt dieser algorithmus sagt halt dass die in 20 jahren so weit sei jetzt mal in anführungszeichen radikalisiert sind dass sie praktisch gefährlich werden können für die werte der usa also etwas was ja wo man wirklich wenn man nachdenkt darüber schon ins grübeln kommt ob das überhaupt moralisch vertretbar ist dass man solche menschen als jungen alter schon ausschalten soll und natürlich stellt sich die frage was wäre gewesen wenn man die größten terroristen der geschichte oder die größten verbrecher der geschichte schon als kind hätte ausschalten können wäre natürlich die ganze weltgeschichte anders passiert aber das ist natürlich ein sehr großes thema das wird jetzt auch den rahmen sprengen darüber zu diskutieren um auf die serie auch wieder zurückzukommen und wie gesagt die diese hannah ist eigentlich auch teil dieses programms bloß sie wurde als baby vom eric aus diesem programm seit man entführt und dabei ist es nicht mal ihr vater sondern das ist einfach der war auch seit mal mitarbeiter des programms ist aber ab ist dann abtrünnig geworden und hat diese dieses mädchen entführt weil er in die mutter dieses mädchens verliebt war also das sind dann theme die wenn auch in den ersten zwei staffeln angesprochen ich möchte aber jetzt heute hauptsächlich über die dritte staffel sprechen weil gesagt das ist das was ich jetzt aktuell gesehen habe und wie gesagt in dieser dritten staffel geht es jetzt im prinzip darum dass die hannah dieses u-trex praktisch auffliegen lässt und zerstören möchte und dabei hat sie natürlich wie auch in den ersten beiden staffeln ja ich sage jetzt mal hilfe so sie ist nicht alleine und zwar wird sie von der marissa wiegler das ist die cia agentin wird von der mir in joss gespielt die ist wie gesagt auch jetzt mal abtrünnig geworden und möchte einfach zusammen mit der hannah dieses u-trex zerstören da bekommen sie dann noch jetzt hat man noch ein bisschen hilfe von einem von john carmichael der wird vom dermo mulroney gespielt da ist man aber nicht ganz sicher welche auf welcher seite dass er gerade steht also der ist so ein dieser typische agent der praktisch auf den eigenen vorteil aus ist und natürlich von jetzt auf gleich die seiten wechseln kann oder möchte oder tut und wie gesagt zusammen wollen die jetzt das auffliegen lassen in gewisser weise verbinden die die marissa und die hannah das ist fast schon so ein mutter tochter verhältnis man muss sich natürlich auch die ersten beiden staffeln ansehen um auch zu verstehen wie das soweit kommen konnte ich möchte jetzt auch nicht zu weit vorgreifen das würde den rahmen sprengen aber das ist ein ganz besonderes verhältnis der beiden wie gesagt zur mutter tochter sind und zusammen wie gesagt sind sie da ein wirklich starkes duo die fast schon alleine diesen kampf aufnehmen die auch natürlich dadurch dass die marissa natürlich als cia agentin ausgebildet ist im untertauchen und aus dem untergrund zu arbeiten natürlich den vorteil haben dass sie relativ unentdeckt operieren können und nur wirklich wenn sie jetzt da u-trex mitarbeiter töten oder einfach soldaten töten dann wird erst praktisch gemerkt dass die jetzt gerade aktiv sind natürlich wird die beiden auch von u-trex gejagt durch halb europa da wird natürlich auch mit unlauteren mitteln gearbeitet wie es natürlich bei geheimdiensten so ist und das ist auch einer dieser punkte was ich an der serie so toll finde dass man jetzt wirklich teilweise sehr detailliert auf die arbeit von zu geheimdiensten auch eingeht man sieht wie die wirklich arbeiten im hintergrund mit wie die die wie die überwachungskameras anzapfen wie die aus kleinsten hintergrundgeräuschen herausfinden können wo man sich gerade auffällt wie man praktisch auch gerade bei diesem u-trex programm junge mädchen die praktisch alleine oder von von kindesalter an in diesem programm drinstecken wie man solche menschen manipulieren kann dass sie einfach das machen was mit ihnen sagt also wieso roboter praktisch agieren können also es hat mich sehr imponiert und natürlich auch diese kälte die diese serie auch hat gerade wenn es darum geht wie kompromisslos da vorgegangen wird natürlich auch von seiten der regierung aber auch von hannah und marissa also das ist so was von beiden seiten wird eine gewisse kälte gezeigt wo natürlich man sich fragen muss was würde das jetzt bringen wenn man jetzt danach denken würde da würde man glaube ich nicht so weit kommen und was noch schön war jetzt gerade in der dritten staffel dass man dieser hannah jetzt auch gefühle verleiht also sie verliebt sich in der staffel hat praktisch einen heimlichen freund hat auch seit mal erste erfahrungen was beziehung bedeutet und wenn man die ersten zwei staffeln gesehen hat weiß man ja gesagt die hannah ist wie gesagt an sich ein sehr kühler distanzierter mensch zwar fokussiert in ihren abläufen und ihren ideen oder idealen aber wie gesagt jetzt bekommen sie auch nur diese emotionale komponente und wie gesagt diese dieses diese beziehung zu der marissa wieder in staffel 2 schon ausgebaut und vertieft und jetzt wie gesagt kommt noch dieses persönliche glück mit hinzu hat mir auf jeden fall sehr gut gefallen und ich finde es schade dass die serie zu drei staffeln hat ich hätte natürlich gern noch ein bisschen mehr gesehen aber ich glaube aber auch wenn man jetzt so was so eine thematik zu lange oder zu weit oder zu sehr ausdehnt glaube ich wird es einfach langweilig und dann ist natürlich das wieder gut dass jetzt nach drei staffeln schluss ist lässt natürlich auch die möglichkeit offen gerade das ende der letzten folge dass man vielleicht irgendwann mal sagt okay man macht jetzt einfach noch mal eine bonus staffel oder man macht jetzt noch mal einen film drüber wo man praktisch das ende noch mal aufgreift und praktisch diese geschichten weitererzählt oder vielleicht noch mal mit ein zwei neuen ideen versetzt aber so jetzt wie gesagt wie man die staffel enden lassen fand ich wirklich sehr gut gelungen also man hat jetzt klar man hat ein gewisses ende gefunden man hat gewisse figuren sage ich jetzt mal aus dem weg geräumt wo man sich schon während der ganzen zeit gedacht hat mensch das ist jetzt absolute unsympath oder das ist der absolute oder das ist eine figur die möchte man einfach sterben sehen wobei bei einer figur sage jetzt mal wird noch ein hintertürchen offen gelassen ob sie wirklich tot ist ich werde natürlich nicht verraten welche figur aber exakt so wie man es aufgelöst hat zum ende hat mir das schon gut gefallen natürlich ist gerade zu den letzten zwei drei folgen der eine oder andere moment wo es ein bisschen über die stränge geschlagen hat also wo es mir so ein bisschen zu unrealistisch war sei es weil gewisse weil die soldaten zu schnell vor ort waren weil einfach die ganzen abläufe fand ich ein bisschen unrealistisch oder ein bisschen zu zu sehr gewollt dargestellt aber ansonsten war jetzt die dritte staffel wieder ein highlight die hatte als nur sechs folgen die gehabt die ersten beiden hatten jeweils acht folgen glaube ich wenn ich mich recht erinnere oder zehn folgen aber wie gesagt der abschluss war gut auch die hauptdarstellerin die es mir creed miles die die hannah verkörpert hat hat hier wieder exzellent gespielt also während der ganzen serie konnte ich mich super mit der hannah identifizieren also sie war für mich einfach authentisch sie war für mich ausdrucksstark sie war für mich hat für mich einfach wirklich dieses bild dieser einzelkämpferin symbolisiert die praktisch jetzt hier etwas zerstören möchte wo sie meint dass es unrecht ist und wie gesagt das fand ich wirklich toll gespielt auch in den gefühlvollen momenten auch soweit gefühlvoll dass es nicht gewollt oder unrealistisch gewirkt hat sondern wirklich noch authentisch und ja also da aber definitiv eine schauspielerin von der man noch vieles erwarten darf ich hoffe natürlich auch mal auf ein zwei kinofilme mit ihr mal zu sehen wie sie so einem film agiert und wie gesagt ich wäre auch nichts nicht traurig wenn es wie gesagt vielleicht zu dieser serie noch irgendwann mal noch eine fortsetzung gibt gesagt kann auch gerne in zwei drei jahren sein einfach so ein bisschen zeit vergehen zu lassen und würde jetzt schon sagen so nach abschluss der serie bin ich schon so bei acht also wenn ich jetzt nicht in die wertung über die schon bei acht von zehn punkten also die serie war schon ziemlich gut gemacht hatte wirklich viele starke momente drin hat natürlich das was jetzt der film wer ist hannah also viele elemente sind übernommen worden ein paar waren sind geändert worden aber so der grundstock ist ja der gleiche geblieben und also wie gesagt was man daraus gemacht hat ich fand schon gut dass man gesagt so ein bisschen also dass man wirklich phasenweise sehr ins detail gegangen ist dass man wirklich auch die umrisse beleuchtet hat das was ein film gar nicht schafft auf eineinhalb zwei stunden das so zu beleuchten auch die figuren so zu zeichnen wie es eine serie schafft und wie gesagt das war für mich schon der ausschlaggebende punkt dass ich jetzt euch diese serie aus so vom herzen empfehlen kann alle die prime haben können sich da mal reingucken oder mal durch gucken und wie gesagt es ist eine tolle serie gewesen ich hatte spaß und es war mir auch ein anliegen diese dritte staffel jetzt dann auch durch zu gucken da war es dann auch so dass alle folgen auf einmal kommen also da hätte man oder konnte man so einen staffel marathon machen und ja also wie gesagt mein absoluter tipp für euch jetzt gerade auch über die feiertage vielleicht einfach mal reingucken genauso wie man auch zur nächsten serie noch reingucken kann das ist jetzt das rad der zeit die ist jetzt wie gesagt vor kurzem bei prime neu gestartet zu beginn gab es gleich drei folgen am stück und jetzt kommt praktisch immer jeden freitag eine neue folge und es wie gesagt auch eine eine von amazon studios produzierte in zusammenarbeit mit sony pictures television also da haben sich praktisch die amazon studios und die die fernsehsparte von sony zusammengetan um eine um diese gleichnamige buchreihe vom robert robert jordan zu verfilmen und man hat in der hauptrolle eine sehr sehr bekannte schauspielerin gecastet und zwar die rosamund pike kennt man ja zum beispiel auch einem zuletzt war sie in der titelrolle von marie curry zu sehen also hat sie die titelgebende dame gespielt ist ja für alle die es nicht wissen eine der bekanntesten wissenschaftlerinnen der geschichte hat er praktisch zum beispiel das radon oder die radioaktivität mit entdeckt und wie gesagt hier spielt sie die ich sage jetzt mal wirklich die hauptrolle wobei natürlich die die figuren in diesem oder dieser serie doch oder die die last schon auf mehrere schultern verteilt ist im groben geht es um eine mystische zauberwelt sage ich jetzt mal die so thematisch ins mittelalter angelehnt ist natürlich auch so dieses fantasy element mit drin hat und ich würde sagen zeitlich gesagt ich habe sie anfangs erwähnt wird er oftmals als neues game of thrones bezeichnet wird schon sagen es spielt in einer ähnlichen zeit wie game of thrones man erkennt auch einige elemente wieder und es geht im prinzip um ja so eine art krieg würde ich jetzt mal sagen zwischen hexen und einem gewissen drachen spielt eine rolle oder ein wieder erwachen der drache und ich möchte auch die story gar nicht so weit vorgreifen damit er ja lust habt ihr euch die serie anzugucken aktuell sind fünf folgen veröffentlicht die serie wurde auch schon um eine zweite staffel verlängert und wie gesagt hauptrolle ist die rosamund pike die spielt hier die moraine das ist eine spezielle hexe oder spezielle zauberin davon gibt es mehrere die wir sind auch eingeteilt oder sie sind auch farblich unterschieden es gibt weiße hexen es gibt rote hexen es gibt glaube ich sogar grüne hexen noch dann gibt es noch die zweifler das sind ganz in weiß gekleidete sei jetzt mal glaubenskrieger würde ich jetzt mal bezeichnen die durchs land ziehen und ihre eigenen ziele verfolgen die sagen sie sind vom licht geleitet also licht spielt auch in dieser serie eine große rolle und es gibt auch eine weiße burg das ist praktisch so der hauptsitz dieser hexen und das ist also dieses kulturelle und magische zentrum was ich bis jetzt so raus interpretiert habe und da gibt es noch als rolle noch um jetzt wieder auf die figuren zurückzukommen und schweife ich wieder ab von dem was ich sagen wollte es gibt noch ein land das ist eine wichtige figur wir haben die nenev wir haben den ecwain wir haben die ecwain wir haben rennt wir haben den perin das ist noch eine wichtige figur und das sind im prinzip so heranwachsende die sind aus dem dorf und die moraine hat die praktisch aufgesucht weil sie glaubt dass einer von diesen jungen menschen der wiedererstehende drache ist der praktisch das böse besiegen wird und die werden natürlich getrennt wie es immer so ist in verschiedene splitter gruppen alle haben aber das ziel die weiße burg zu erreichen um dort praktisch sich wieder und praktisch dort das weitere vorgehen zu planen wie gesagt es sind erst fünf folgen rum ich weiß natürlich nicht wie es weitergeht aber das war bis jetzt so der grobe inhalt der serie aber was man schon sagen kann rein technisch gesehen wirklich exzellent gemacht also was effekte betrifft was die farbkolorierung betrifft was die musik betrifft was die kulissen betrifft die schnitte das ganze set bauten also da ist wirklich da merkt man da steckt wirklich kreativität drin da steckt auch eine gewisse menge geld drinnen dass man das so macht man merkt auch ich kann jetzt natürlich nicht sagen weil ich kenne das buch jetzt nicht oder die bücher nicht wie weit man am original dran ist aber die serie hat mich jetzt schon neugierig gemacht so nach der ersten zwei drei folgen und ich würde jetzt mal sagen man hat wie gesagt ansätze von game of thrones bis jetzt würde ich jetzt sagen es ist noch nicht zu 100 prozent ein game of thrones nachfolger aber was er nicht ist kann er noch werden wissen wir ja aber was wie gesagt was ich bis jetzt gesehen habe hat mich das schon wie gesagt rein vom technischen her schon überzeugt natürlich auch schauspielerisch ich meine die rosamund pike das ist dies zwar auch erst anfang 40 aber hat schon recht ordentliche rollen gespielt und ich finde sie aber in einem oder anderen moment so ein bisschen zurückhaltend ich weiß jetzt nicht ob das gewollt ist dass jetzt hier nicht volle kanne ausspielt ich glaube aber auch dass sie vom wesen her jetzt nicht die schauspielerin ist die jetzt absolut im mittelpunkt stehen möchte also selbst bei Marie Curie damals obwohl sie ja wirklich die prägnanteste figur war hatte man immer so das gefühl das ist ein sehr zurückhaltender menschen eine etwas ruhigere frau und das zeigt auch in dieser serie als moraine dass jetzt also ich sage jetzt mal mit einer zum beispiel mit einer scarlett shohensen die ja in manchen filmen ja wirklich extrem präsent ist kann man es jetzt nicht vergleichen aber sie sie strahlt trotzdem hat natürlich eine gewisse routine aus aufgrund ihrer erfahrung sie strahlt eine überzeugungskraft aus man nimmt ihr ihre rolle auch ab so als nachdenkliche weise hexe oder zauberin und ja also da ist definitiv bei mir lust auf mehr da und ich würde wie gesagt schon als fazit der ersten fünf folgen sagen wir haben hier eine serie die definitiv potenzial hat auch noch in dass man in zehn jahren darüber spricht ist natürlich auch die frage auf wie viele staffeln das ausgedehnt wird wenn natürlich in zehn jahren die die elfte staffel läuft dann muss man darüber reden aber wie gesagt rein vom technischen her wirklich eine tolle serie also da merkt man wie gesagt wirklich das ist kein nicht dieses klassische streaming gedöhnt und dieses klassisch dieser klassische streaming content sondern es ist schon wirklich was wo man auch was reingesteckt hat und da wie gesagt wird definiert oder bin ich der überzeugung die nächsten folgen werden auch genauso gut werden wie gesagt technisch kann wirklich nicht sagen wie gesagt geschichte technisch kenne die bücher nicht ich weiß nicht wie es geschichten oder story technisch weitergeht aber ich denke mal für den freitag abend die folgen gehen immer so knappe stunde teilweise auch mal nur 50 minuten da hat man auf jeden fall immer mal zeit am freitag oder samstag eine stunde dass man das anguckt und ich kann sich auf jeden fall ans herz legen dass er einfach da mal reinguckt und genau ich denke mal das war es für dies also denke ich konnte jetzt aber jetzt alles erwähnt was ich erwähnen wollte und wie gesagt aktuell gucke ich noch vier der walking dead da muss ich aber jetzt schon sagen um es jetzt abschließend noch weil wir ja gerade bei serien sind da zum beispiel das ist jetzt zum beispiel ein beispiel wo man sieht was passiert wenn man eine thematik zu lang ausdehnt also ohne jetzt groß zu spoilern im ende der sechsten staffel wurde eine atombombe gezündet also das glaube ich sagt schon alles wenn man die atombombe auspacken muss um irgendwie wieder kreativität reinzubringen von dem her ja ich gucke mir natürlich die siebte staffel jetzt an aber die ersten zwei folgen waren jetzt sage ich mal naja waren die letzten folgen der sechsten staffel schon teilweise katastrophal mies ich hoffe natürlich auf besserung aber wie gesagt das ist wie gesagt das klassische beispiel was passiert wenn man es zu weit ausdehnt genau was ich jetzt diese woche nicht mache oder was ich jetzt wahrscheinlich die nächsten wochen nicht machen ist die kinovorschau weil er jetzt flächendeckend 2g ist und die ersten verleiher schon die die staats abgesagt oder gold oder einige staaten abgesagt haben glaube ich bringt jetzt wenig ja nicht euch jetzt da irgendwas sagt was vielleicht in drei vier tagen schon keine gültigkeit mehr hat also ist leider ist der situation geschuldet ich hoffe ihr könnt mir nachsehen weil ich möchte euch jetzt natürlich nicht irgendwas erzählen was wie gesagt vielleicht schon morgen nicht mehr korrekt ist von dem her werde ich jetzt solange es jetzt so angespannt ist mal auf die kinostart verzichten guckt einfach auf den seiten eurer kinos wenn ihr gehen wollt was läuft oder gibt ja genügend andere medien wo man es nachlesen kann dann war es das für diese woche ich hoffe ihr hattet spaß heute habt eine gute woche bleibt gesund und fleißig den podcast hören auch gerne weiter sagen und dann sehen und hören wir uns nächste woche bis dann euer weihnachts nikolaus ciao 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 boa 옆 Untertitelung des ZDF, 2020